ARD Text im Auftrag von Funk Erschreckt! Alter! Sooo! Drown the sun, block alone! Wir sind mal wieder mit unserer Baumfarben, die wir eigentlich noch nie benutzt haben. Müssen wir mal einen Einführer nutzen. Wir haben gerade... Wir haben gerade... Eigentlich könnte ich mal... Ich tue erst mal was... Ich tue erst mal gucken, ob ich was im Ofen packen kann. Wir werden dann jetzt mit allen möglichen Mittel versuchen, ein Level zu verdienen. Ihr kennt das ja, wenn ich ein Level verdienen will, dann will ich... Blum, 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 blum. Wir hauen mal die Steinkohle da rein. Komm, egal. Wir hauen mal... Haben wir denn noch was zum reinhauen? Nicht wirklich, gell? Wir haben die Wolle, die Wolle ist hier. Da haben wir noch gelbe Wolle, da haben wir noch... Da haben wir noch... Oh, wir haben nur Gelbe Wolle gefunden? Okay. Ähm. Da, 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 da. Dann haben wir noch ein paar Drops von Monstern. Da haben wir das hier, da haben wir das verortete Fleisch, rohes Rind, da ist was anderes. Das kommt, das kommt, das kommt. Hammel, roh, ah, da können wir braten, genau. Roh, Hammel können wir braten. Rohes Schweinefleisch können wir braten, Kartoffeln können wir braten. Giftige Kartoffeln, Kekse, rot gebratenes Hühnchen, Ofenkartoffeln können wir hier reintun. Dann nehme ich das jetzt noch mit. Ähm, hier haben wir noch mehr Kartoffeln, die wir braten können. Hier haben wir noch Pilze, die können wir hier reintun. Äpfel haben wir hier noch, die können wir hier reintun. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch, hier haben wir noch Mohn, Birke. Alter, wie viele Eichen setzt Dinge. Eiche, Löwenzahn. Hier haben wir noch Leder. Und Spinnen, Gedärme, Eierstöcke. Das ist eigentlich voll krass, dass wir die Eierstöcke von dem Spinnen rausreißen. Das ist eigentlich mega eklig. Mega eklig. Aber na gut, Minecraft halt, ne? So, das Schweine wird gleich fertig sein. Da haben wir schon das Erste. Das kann man dann mal essen. Dann packe ich beim Schweinefleisch einfach den Sand rein. Dann machen wir uns auch noch ein bisschen Glas. Jetzt machen wir uns ein Augeglas in den Strom. Ja, war ja auch noch ganz gut. Weißt du was, dann nehme ich mir mal hier das Glas. Bam. So. Und dann kann ich jetzt nämlich mal hier ein bisschen erfüllen. Super, da haben wir eine Glasflasche dann hier drüben. Hier haben wir den Sandstein. Hier haben wir Sand. Sand haben wir gar nicht so viel, sehe ich gerade. So, wir haben noch Schießpulver. Und wir haben immer noch, Alter, wenn ich jetzt alle jetzt weg mache, dann haben wir gar nichts mehr eigentlich. Äh, wie sieht es, es ging so, gell? Eins, zwei, drei, vier. War das so? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich teste es mal. Okay, es ging so. Genau, das war das Rezept, das reicht nicht mehr. Ja, ist eigentlich ganz gut was geworden gerade. So, hier haben wir das. So, und dann hier das. TNT kommt wohin? TNT kommt hier, Nummer 20. Ist jetzt nicht das Schlechteste. Ich habe auch dabei gehabt, okay, na gut. So, nehmen wir mal ein bisschen Ofen-Kartoffeln raus. Mal schauen, was da so zusammenkommt an den Level. Ist gar nicht so viel. Okay. Schnödes Level 18 haben wir. Brrrr, na gut. Das ist jetzt nicht so viel gebratenes Sammelfleisch. Ist natürlich cool, dass es das jetzt gibt. Und wir machen jetzt mal folgendes. Und zwar. Und zwar machen wir jetzt mal hier. Äh, in den Laden öffnen. Und zwar machen wir jetzt mal hier. Achso. Schieds erlauben, lernen wir jetzt starten. Game. Mode 1. Dann. Hund. Müsstest doch eigentlich Spawneier kriegen, oder? Spawneier, 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 Spawneier. Spawneier. Spawneier, genau. Zombie, Schleim, Gasp, Hexe, Fledermans, Magma, Lohr. Ach, Wolf heißt das Ding ja nicht wund. Das ist ja ein Wolf. Äh, Moment. Jetzt rühre ich das mal hier rüber. Dann, Moment. Äh, das ist ein bisschen doof gelaufen. So. Ähm. Wir brauchen, Moment. Knochen. 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 Da muss ich da aus dem Game-Mod mal rausgehen dafür. Kann man sie nicht hamen? Kann man sie nicht hamen? Das wäre ja behindert. Das wäre ja richtig behindert. Ja, wie sinnlos ist es? Ich mach mal kurz, das liegt weg. Wie sinnlos ist das denn? Man kann die gar nicht hamen. Na gut, dann tue ich natürlich alles zurückgängig machen wieder. Und dann haben wir jetzt auch nichts. Genau. Oder wir haben diese beiden komischen Würfel hier. Die tue ich mal wegtun. Das ist ja doof. Wir können die nicht hamen. Hm. Na gut. Ähm. Dann werde ich mal ganz kurz... Mit. Ach da. Äh. Ich glaube, sechs reicht. Das ist ja behindert, weil kein Wölfchen nicht tame, die man sich hinsetzt selber. Das ist ja... Hm. Und wo verschwinden eigentlich ständig die Schafe hin, die die machen? Das ist ein Babyschaf. Das ist okay. Wo geht das denn hin? Babyschaf scheren. Natürlich nicht. So. Ähm. Wir haben jetzt vier Wolle wiederbekommen. Die können wir mal hier runterpacken. Creeperpulver haben wir. Das haben wir. Nehmen wir uns mal ein paar Samen und füttern wir noch die Hühner. Damit die hier mal ein bisschen mehr Eier legen. Schade. Sind wir schon bei vier. Die Inzucht kann beginnen. Klingt hart. Ist leider so. Ähm. Gut. Jetzt haben wir hier hinten noch was, aber selbst das wird nicht reichen für irgendwas cooles. Leider, 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 leider. Hier ist auch nichts mehr. Da haben wir noch ein bisschen was. Huch. Glas haben wir da noch. Level 19 haben wir erreicht. Na ja. Da habe ich schon Besseres erlebt. Ähm. Warten, das haben wir vielleicht. Glas. Gut. Was machen wir da jetzt? Wir brauchen. Wir könnten. Eigentlich könnte man nebenbei noch angeln. Genau. Wir können ja immer noch angeln. Das ist eine gute Idee. Dann tun wir ja mal ein bisschen angeln. Dann tun wir uns auch ein bisschen Rohstoffe erfahren wieder. Und dann überlegen wir, wie wir weitermachen hier mit dem Bauen. Ich würde als nächstes gerne... Wo kommt der Fisch hin? Ist das... Oh, Kugelfisch. Ich würde als nächstes gerne... Ich überlege gerade, ob ich den Spawnground hinten mache. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen übertrieben. Wie viele Fische da einfach angezeigt werden. Wieso ist da ein Schaf? Wieso ist da ein Schaf? Wieso ist da ein Schaf? Warum beißt kein Fisch an? Wieso beißt da kein Fisch an? Ach, da kommt er ja, Mann. Ein Kugelfisch, Mann. Ich hab heut Glück. Hihihi. Boing. Zu beleidigt. Das muss jetzt mal sein. Ähm. Ja. Jetzt weiß ich, wo das Schaf auch hin ist. Oh, es wird gerade nacht. Sehr schön. Werde ich gleich mal... Dann werde ich gleich mal... Dann werde ich gleich mal... ...mich aufmachen. Dieser Fisch noch. Ich krieg mir gewerkt, ja, mit der Musik. Heute kommt aber auch nur Dreck. Jawoll. Unser Bau-Ondie. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber... Warte, frag. Wieso finden die so viele Kugelfische? Wurde das auch gebackt? Äh, gebackt? Lachs-Kabel, yo. Boah. Aua. Wie weit ist die Rüstung eigentlich? Oh, genau. Yeah. Yeah. Diese Mucke. Oh mein Gott, jawoll. Genau so liebe ich meine Musik nicht. Sehr schön. Na, 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 na. Jetzt werden wir Zombies. Ja, 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 gen. Du, 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 du. Zombie, Zombie. Und da ist ein Skelett, das wird auch gleich sterben. Ske, 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 Skelett. Gib mir bitte deinen Bogen. Das ist auch nicht gelogen. Ich möchte ihn haben. Das ist auch nicht gelogen. Hat er natürlich nicht gemacht. Mal, ganz kurz. Auge juken. Creeper gibt es ohne Ende momentan. Oh. Oh. Okay. Ich weiß nicht, wo es den anderen Creeper dahin vorschlagen hat, aber der ist anscheinend ein bisschen weiter runtergefallen. Immerhin hat es sich wehgetan. Warum spawnt denn momentan so wenig? Das raffe ich überhaupt nicht. Optionen, Flüssigkeit, normal. Ich habe das Gefühl, dass sonst immer unzumma an Zombies gespawnt sind und momentan spawnen einfach gar nichts. Nur um mich zu ärgern. Zombie! Das war übrigens ein Zombie, hat Schaf verkleidet. Deswegen habe ich ihn gerade gekillt. Der musste sterben. Der war wirklich gemeingefährlich. Der hat schon viele Menschenleben auf dem Spiel gehabt. Da schon wieder. Das ist sein Bruder hier. Die sind da ganz schön gewitzt mittlerweile geworden. Er denkt, Zombies haben kein Gehirn. Dann werde ich dich versichern. Na Creeper Deeper? Oh, Deeper Creeper. Iiii. 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 So. Immer Deeper Creeper. Der neue Kinofilm. What the fuck? Ich springe über die Bäume hinüber. Oh mein Gott. Es war Evil Chicken. Es wollte von hinten, aber... Warum sage ich heute so viele komische, dreideutige Dinge? Es wollte sich von hinten anschleichen, aber diesmal kamen wir zuerst. Das ist schon wieder zweideutig. Oh man. Was ist heute los? Denk ich heute einfach zu zweideutig. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht denke ich heute einfach zweideutig. Oder dreideutig. Und man weiß es ja nicht. Was ich meinem kranken Kopf vorgehe. Das erinnert mich gerade an alte Folgen von bestimmten Menschen, die ich damals geschaut habe, wo die Blumen gesammelt haben. Ach ja. Das waren Zeiten. Früher war alles besser. Was? Oh mein Gott, ein Creeper. Na. Hä? War das zwei Kritze, oder was? War das zwei Kritze, oder was? Da muss ich auch mal das Knuspern. Da muss ich auch mal das Knuspern. 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 Ich bin schon seit drei Folgen dabei, mir Level anzufarmen. Ich bin schon seit drei Folgen dabei, mir Level anzufarmen.